Hallo ihr Lieben, ich habe wieder was ganz Tolles für euch heute im Türchen. Und zwar einen schmackhaften Tropfen aus meiner Heimat. Und zwar habe ich hier vom Schombloberg, vom Turnaipinze Weingut, einen leckeren Lindenblättriggen, einen Horschlevelü. Den möchte ich euch gerne zukommen lassen. Vielleicht trinkt man auch zusammen. Also ich würde mich freuen, ihr Lieben. Ich gebe euch heute eine Flasche bei. Also, macht's gut. Ciao. Ich gebe euch heute eine Flasche bei.